Musik Halli Hallöchen zusammen und willkommen, willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ihr habt mich, ach ein Jahr geht das schon, immer mal wieder gefragt, kannst du nicht deine teuersten Karten zeigen, dann kannst du nicht deine komplette Sammlung zeigen und höh und hot und immer wieder viel, das mit der kompletten Sammlung und den teuersten Karten und natürlich ist das nicht möglich, Leute, ich habe über 300.000 Karten, ich kann euch die nicht alle zeigen, selbst wenn man alle Cummins abzieht, sind wir immer noch bei ungefähr 150.000 Holos, das ist schlicht und ergreifend zu viel, das wäre ein 10 Stunden Video am Ende und das würde nicht nur meine Kapazität, also von der Speicherkarte her sprengen, sondern auch meine Zeit, würde ich jetzt mal sagen und natürlich auch meine Lust, um ganz ehrlich zu sein. Ja, aber ich habe natürlich jetzt mal ein bisschen überlegt und einen Kompromiss gefunden und wir werden uns jetzt in den nächsten 40 Minuten alles vorknüpfen, was wir in meinem Zimmer an Karten finden werden. Ich weiß nicht, wie weit wir am Ende kommen werden, das steht noch in den Sternen, aber einiges werden wir auf jeden Fall schaffen, ein bisschen was, vielleicht ein Viertel von allem und ich werde da auch relativ schnell drüber fliegen, damit wir da auch ein bisschen mehr schaffen als sonst. Natürlich wird das Krasseste zuerst kommen aus den vorsortierten Ordnern und den Koffern und so weiter und später wird es dann eine Mischung aus Random Karten und richtig geilen Zeug, allerdings wird es nie komplett langweilig. Darüber hinaus eine Ankündigung noch und zwar ist es jetzt bald soweit, ich habe ja immer mal wieder davon gesprochen, dass ich etwas mache, weshalb ich keine Zeit habe, die Sammelkartenchecks zu machen und es wird ziemlich bald online gehen und zwar eine Website, wo meine Karten, zumindest ein Teil der Karten, online ausgestellt werden. Natürlich nicht alle, natürlich nicht alle Stückzahlen. Da gibt es dann auch Informationen zu den jeweiligen Sets, aus denen die Karten kommen, etc. PPA, mehr Infos dazu findet ihr natürlich auf meiner House of Cards Infoseite, die ist unten verlinkt und ich würde sagen, wir legen jetzt locker flockig los und zwar als allererstes mit den Duell-Koffern. Okay, lasst uns starten mit den Koffern. Es sind mittlerweile zwei und bei dem hier muss ich oben noch diese Klebeschicht wegmachen. Da war so ein Kleber drauf und da klebt jetzt immer der Staub fest. Richtig schlimm, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir gucken uns jetzt mal den Inhalt des Koffers an. Das ist der zweite, das heißt, der ist noch nicht ganz fertig. In den Boxen ist noch fast gar nichts drin und wie man sieht, sind die Reihen auch noch nicht ganz fertig. Und da blättern wir uns jetzt mal ganz kurz durch. Da ist jetzt natürlich ein Oldschool-Krempel drin. Einiges haben wir auch schon in anderen Videos gesehen. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal an, was hier so drin ist. Ich snacke hier einfach mal immer so ein bisschen durch, dass wir da nicht allzu viel Zeit immer brauchen. Ist natürlich hier noch ein bisschen durcheinander. Ich habe hier jetzt den noch nicht wirklich sortiert. Und auch wenn man es sich immer mal wieder durchsieht, dann kommt es halt auch mal durcheinander. So, ich hatte gerade einen Worthanger, sorry. Genau, also ihr seht hier immer wieder mal ein paar Monster Reborns aus LOB hier zum Beispiel. Auch richtig cool. Hier geht es jetzt dann direkt weiter, lockerflockig. Genau, wieder. Oh, noch einer ein Ulti. Ja, ihr seht auch hier, Cummins sind auch mit dabei. Also sind zwar meistens die wenigsten. Ich habe für Cummins dann am Ende extra Ordner, aber wenn ich es ganz schön sortiert habe, dann habe ich auch die Cummins bei den Holos dann mit dabei, eben weil es halt einfach zusammen gehört. Genau, jetzt haben wir mal die Seite. Haben wir das schon mal abgehakt? Ganz flott hier, easy peasy. So, jetzt geht es da drüben weiter. Die Seite ist jetzt ziemlich komplett. Es kommt da draußen dieser blöde Bulldog, dieser lautet, der hier jeden Tag vorbeifährt. Richtig schlimm. So, genau, dann hier die ganzen Ultimate Rare, 1000 Ice Restrict. Genau, ich glaube, das müsste sogar halbwegs sortiert sein. Genau. Unterschiedlichste Raritäten, auch natürlich die OCG Varianten mit am Start. Gucken wir mal weiter. 1000 Drache auch cool. Habe ich ein Playset in First hier drin. Mittlerweile, also in First geht ja einiges. Über 30 waren es, glaube ich. Unlimitiert geht ja wiederum fast gar nichts. Hier auch in Ultra Rare, die japanische ist sehr schön. Haben wir gleich zwei, nochmal ein 1000-eugiges. Auch gut. Oder wobei, das hatten wir ja gleich ganz am Anfang, genau. So, weiter geht's mit Dark Ruler Hades. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht so oft in unseren Videos gesehen. Der ist aber, glaube ich, auch auf der House of Cards Website zu sehen, genau. In unterschiedlichen Rarities. Ich hoffe, man erkennt es jetzt noch. Aber man erkennt es schon noch, weil die Sonne gerade ein bisschen weg war. Genau, Chaos Imperator Drachen. Und die werden hier halt dann am Ende in diesen Top-Loader mit dem schwarzen Rand sortiert und dann eben hier reingesteckt, sozusagen. Genau. Chaos Imperator Drachen haben wir schon ziemlich oft gesehen in diversen Videos. Im Buch der Götter mittlerweile hier viermal in Ultimate Rare. Ich hoffe, die lauten Fahrzeuge draußen stören euch nicht. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Ich lebe eigentlich in einem Dorf, in einem Ort mit 8000 Einwohnern und trotzdem schepperts und krachts hier überall. Genau das Siegel von Ori Kalkos. Auch einige Male vertreten. Sogar noch aus der Legendary Collection viele Male. Die war ja damals ein Fünferwert. 5 Euro für die Promo und seit dem Reprint in Dragon of Legends nicht mehr. Die hätten das eigentlich als Secret machen sollen in Dragon of Legends. Das wäre richtig fett gewesen. Nicht nur, dass dann vielleicht der Ultra Rare Print noch ein bisschen wertvoller gewesen wäre. Nee. Es hat einfach auch geiler ausgesehen. In Secret Jack könnte ich mir vorstellen, sieht das einfach übermäßig Bombe aus. Da gibt es ja auch eine von Upper Deck, eine gedruckte Version von dem Siegel. Das ist richtig viel wert. Ich glaube 800 Euro oder so. Richtig cool, aber ich weiß nicht, ob das eine von den Fake-Karten war oder nicht. Was mich mal interessieren würde, ob das eigentlich tatsächliche Fake-Karten sind, die von Upper Deck. Ich meine, die haben das ohne Lizenz gedruckt, ja. Aber ich meine, im Endeffekt müsste das ja dann trotzdem eine Original-Yu-Gi-Oh! Karte sein vom Ding her. Wisst ihr, was ich meine? Also allein von der Produktion her. Ich habe das mit Upper Deck eh noch nicht so ganz begriffen. Irgendwie ist das damals an mir vorbeigezogen. Genau, BLS haben wir auch mega viele, auch hier in Parallel. Richtig, richtig cool. Gold-Rare, dreimal hier in dem alten Gold-Rare auch sehr schön. Millennium-Rare auch ein paar Mal. Kamen natürlich, Ultra, Millennium. Und oh, da haben wir den Überläufer. Der, nee, der ist nicht First, aber ich habe ein paar in First. Hier muss ich dazu sagen, bei den Überläufern, es sind wirklich nicht alle. Es sind nicht mal ansatzweise alle. Das sind nur ganz wenige Überläufer. Ja, hier hört es schon wieder auf. Ein Kamen, ein Starfall, ein Secret und zwei Ultra. Da ist eine First. Ich habe zum Beispiel zwei Secrets und ich glaube sieben oder acht weitere Ultra-Rare von der Karte. Dann haben wir genau Yata Garasu, eine ganze Menge. Da sind auch einige First, ich glaube sieben oder acht Stück habe ich in First. Die gehen ja auch ihre 30 Euro. Die sind ja auch in Unlimitiert relativ wertvoll. Genau. Das necken wir mal durch. Es ist unglaublich, wie viel in so eine Reihe reinpasst. Das würde man eigentlich gar nicht meinen. Genau aufgegeben haben wir jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Ich glaube in einer Bindervorstellung und halt in den Neuzugänge folgen, wenn sie mal dabei waren. Beziehungsweise eben in den Mega-Openings, da waren sie ja meistens dabei. Weil da sind vor allen Dingen die aus dem Starterdeck Pegasus eben sehr häufig vertreten. Interessanterweise habe ich die hier, nämlich die in Super-Rare aus DL nur einmal. Ohne Witz, alles andere in Secret und so sechsmal Ultra-Rare noch öfter. Von Kamen ganz zu schweigen, aber die habe ich wohl nicht so oft. Genau, jetzt haben wir hier den schwarzen Totenkopfdrachen. Den habe ich hier sechsmal in Ulti aus Japan, richtig geil. Zweimal in Secret, der hier sitzt in Parallel. Auch so alt, dass hier noch kein Ding war, noch kein Zeichen quasi. So. Dann geht es weiter, genau. Einen habe ich Super First, Englisch. Schauen wir mal weiter. Genau. Hier haben wir jetzt auf einmal wieder tausendäugige Opfer. Sind wir jetzt durch? Ja, 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 genau. Jetzt sind wir durch. Okidoki. Dann gehen wir mal bis zum tausendäugigen. Das tun wir dann wieder vorne rein. Genau, jetzt sind wir mit der Reihe durch. In den Boxen ist so gesehen noch fast nichts. Außer in der hinteren. Da habe ich halt so die ganzen Preiskarten. Oder zumindest Teile davon. Sind jetzt nicht alles Preiskarten. Das sind jetzt einfach ein paar Random-Karten, wo ich jetzt halt, wenn ich mir die nächste Ladung Toploader hole, ein bisschen mehr von denen reinhauen will. Hier Anti-Rai-Geekki 500 Euro oder was der geht. Oder hier Doku Rider in Rare aus dem Tournament Pack 2. Auch übel wertvoll. Die sind natürlich hier oder hier die Ultra-Rai-Varianten. Die habe ich mir halt eingepackt. Und das müssen jetzt only Preiskarten sein, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest fast nur Preiskarten. Doku Rider. Mal darüber. Genau. Also dann haben wir Sengenjin als Preiskarte. World Championship. Dann Testament. Die sind jetzt keine Preiskarten. Das ist jetzt irgendwie random. Das ist glaube ich Senju oder Manju mit den tausend Händen. Das ist das unzensierte Artwork. Hellpilmer. Dragon Seeker auch übel wertvoll. Joel Bird habe ich mal aufgemacht. Genau. Das sind jetzt wieder Preiskarten. Ihr seht hier viermal Chimera. Mir wurde sogar jetzt eine fünfte angeboten. Vielleicht habe ich zum Zeitpunkt des Releases schon fünf Stück davon. Dann Ascension Sky Dragon als Preiskarte. Giant Henters Preiskarte. Genau. Zweimal Get Your Game On und nochmal ein Testament. Ich habe auch noch ein paar mehr Preiskarten. Aber die sind schon auf dem Dachboden zwischengelagert. Hier in dieser Box ist jetzt nichts drin. Die ist vollkommen leer. Weil wie gesagt, der Koffer ist halt wirklich noch in Arbeit. Genau. So. Dann haben wir natürlich noch diesen hier. Der ist natürlich schon fertig. Da sind alle Reihen quasi durch sozusagen. Hoppla. Und dann starten wir auch mal. Genau. Mit Drachenodem. Ein paar Slifer. Genau. Das damit mit den Götterkarten. Den Exodia und so weiter. Das ist natürlich auch eine richtig, richtig coole Angelegenheit. Jetzt mache ich hier bloß mal einen ganz, ganz kurzen Cut. Weil ich brauche das ein bisschen höher. Sonst kann ich hier schlecht arbeiten. Genau. Und da wären wir auch schon wieder. So. So. Hauen wir den hinten rein. Und machen weiter. Mit Slifer. Und Slifer. Und noch ein Slifer. Warte. Guck mal vor. Genau. Die nicht spielbaren Varianten. Richtig. Karten, die es in Deutschland noch nicht gibt. Vor dem Release in Deutschland. Hier teilweise wirklich das erste Mal. Hier haben wir jetzt auch Obelisk. Genau. Jetzt geht es mit Obelisk weiter. Mit den normalen Obelisken heißt es. Da muss man so. Genau. Gold Millennium Rare. Auch richtig cool die Karte. Ganz schön viele Obelisken. So geht das immer weiter. Ich glaube von denen habe ich sogar noch mehr. Von Demon's Secret auch. Auch richtig nice. Das ist beinahe schon Marathon mit dem Durchsnappen hier. Huiuiui. So. Jetzt kommen die mit dem Jump Art. Genau. Die beiden sind hier auch aus der Jump. Ich habe ja die kompletten Sätze. Hier ist schon wieder so einer. in dem Artwork. Also ihr seht, das ist halt alles nicht mehr hundertprozentig geordnet. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mir meine Karten halt gerne durchschaue und das mit dem immer wieder an dieselbe Stelle zurücktun. Das vernachlässige ich manchmal ein wenig. Genau. Da haben wir jetzt Ra. Der offiziell uncoolste von allen dreien. Obwohl er eigentlich am ägyptischsten wirkt. Ich kenne eigentlich kaum jemanden, der Ra favorisiert. Dabei sieht Ra eigentlich voll cool aus. Ich favorisiere ihn natürlich auch nicht, aber trotzdem. Hier the true name. Hier in Japan ist das eine Ultra mit Millennium Rare drüber. Richtig cool. Jetzt geht es los mit Exodia aus Yugi Legendary Decks einmal. Dann das DL2 in Parallel. Auch richtig nice. So, weiter geht's. LOB first. Genau, Color Red. Ultimate Rare. Der Kopf. Müssen sich auch zwei haben. Genau, hier ist der zweite. Die japanische in Secret. Auch übel viel wert, die komplette Exodia. Ich habe dann auch noch die Teile. Die kommen dann auch noch. Die werden wohl etwas weniger spannend. Da werden wir dann nochmal ein bisschen schneller durchskippen. Hier ist die zweite LOB Exodia in First. Hier ist die zweite in Secret. Hier ist die aus DDS. Auch schweineteuer. Ein Prismatic. Genau, und hier kommen halt die ganzen Teile. Snacken wir die halt durch, damit wir dann wieder am Anfang sind sozusagen. Das sind halt ziemlich viele Teile. Auf jede einzelne Exodia kommen ja vier weitere Teile. Dementsprechend macht das ungefähr 30% von der ganzen Reihe aus. Nur die Teile genau. Und jetzt sind wir hier eben wieder am Anfang. Die lassen wir jetzt mal vorne sein. Damit wir nicht noch mehr Unordnung reinbringen. Und die kommen hinten hin. Jetzt machen wir die zweite Reihe. Hier wird es jetzt glaube ich relativ Blue Eyes lastig. Wenn ich mich nicht täusche. Genau. Kaibermanns Secret. Kennen wir jetzt aus den letzten Neuzugängen so ein bisschen. Genau. Hier dann auch die ganzen teuren, schönen Drachmeisterritter in Secret. Oder ein Ultra auch. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Denken wir mal hier. Das ist halt immer ein bisschen. Genau. Oh ja, Blue Eyes ist der Jump. Ich erinnere mich noch, der Michael hat mir damals ewig viele von denen gekauft. Ich glaube 20 Stück oder so. Hier der dunkle Paladin of White Dragon. Tun wir jetzt einfach mal dahinter. Genau. Dann haben wir hier den besten Blue Eyes ever vom Artwork her. Von Katsuki Tagahashi gezeichnet. Und ich habe auch das Video gesehen, wo er ihn designt hat. Richtig nice. Nochmal ein Kaibermann. Oh, ich muss das wieder ordnen. Oh, ne Witz Leute. Ich muss das echt wieder ordnen. Einmal im Monat. Ich setze mir jetzt einmal im Monat so einen Tag fest. Da ordne ich den Mist. Dann hat das wieder ein bisschen Struktur. So. Genau. Dann haben wir jetzt wieder ein paar Kaibermänner. Leider habe ich erst einen in Secret. Geht er 75 Euro. Hier haben wir einen leuchtenden Blue Eyes aus dem Retropack. Ich habe zwei Stück in Secret, der andere ist Englisch. Ah, den habe ich gerade nicht gefunden. Vielleicht finden wir ihn ja sogar noch in dem Video, wer weiß. Da können wir noch einiges zum Durchgucken. Wobei wir glaube ich auch schon irgendwo bei 10 Minuten sein müssen. Ich bin mir halt nicht sicher, weil ich jetzt erst die zweite Aufnahme im Laufen habe. Und, ähm, na wo war ich? Ich habe jetzt die zweite Aufnahme im Laufen, weil ich ja einen Cut gemacht habe. Und ich weiß nicht, wie lange die erste ging. Genau. Richtig cool. Ja, jedenfalls hier auch in Ultimate geht auch einiges. Habe ich jetzt vier Stück von. Genau. Da haben wir die anderen hier in Ghost Rear. Auch richtig cool. Ich weiß nicht, wo man den hier fährt. Kann man den überhaupt? Ja, man erkennt es ein bisschen. Also ich habe da unglaublich viel von dem Movie Pack. Sowieso. Oder der hier genau. Die sind auch richtig cool aus dem Universal Pack. Oder die. Die sind übrigens aus BPT. Nicht aus dem. Nicht aus der Tin Box von uns. Das erkennt man daran, dass die Sterne halt nicht holographisch sind. Ich habe allerdings auch ein Play Set aus der Tin von uns. Das ist der 2017er. Die sind allerdings noch nicht in diesen Plastikhüllen. Und die werden dann wahrscheinlich auch in einen anderen Koffer wandern. Weil ich kann nicht immer hin und her sortieren. Genau. Jetzt haben wir hier nochmal dreimal das Drachenodem. Dann genau die Kugel. Dann nochmal ein Bluers aus dem SDK. Ra ist Schüler in Common. Habe ich ein Play Set. Irgendwo müsste noch der andere in Common sein. Ich habe nur zwei Stück in Common hier. Der dritte ist irgendwo anders. Genau. Ra im unsterblichen Modus. Hier aus Japan in Prismatic Secret Millennium. Auch zwei Stück geht in etwa 10 Euro zur Zeit. Ja genau in Ultra. Dann natürlich die Gold Ghosts. Die Ultis genau. Die kennen wir ja alle. Das ist ja jetzt nichts übermäßig krasses. Herrgott. Da muss man mal mit der Hand hinten reingreifen. Und dann ein bisschen drücken. Weil sonst verkratzt. Beim Gewaltsamen reinschieben die Folien und die Toploader. Und das wollen wir ja nicht. Irgendwo müsste ich auch noch einen SDK in First haben. Falls wir nicht schon überblättert haben. Nee hier haben wir ihn in First. Genau Deutsch First. Wird auch ungefähr 40. Wenn ich mich nicht täusche. Richtig cool. Hier in Secret auch nice. Oder die hier aus PCK sind auch richtig cool. Der hier ist jetzt aus dem Dual Terminal 1. Genau. Und dann habe ich noch einen relativ coolen japanischen. Aus MFC 1. Ich habe nirgendwo auch nicht auf Yu-Gi-Wiki oder so das Set gefunden von dem. Vielleicht haben wir den auch schon überblättert. Ich weiß es gar nicht um ehrlich zu sein. Da haben wir jetzt die ganzen Movie Pack Dinger. Jetzt haben wir genau. Der hier ist aus MFC 1. Der ist auch. Der nieder ist Cummin. Mit Shatterfoil. Das sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Shatterfoil. Aber auch steht dran Dual Terminal und MFC. Nee MFC 3. Nicht MFC 1. Kein Wunder, dass ich es nicht gefunden habe. Na egal. Dann halt Gold Rear. Blue Ice in Millennium. Gibt es ja auch in Englisch. Von diesem Preisding. Und der hier als Cummin auch richtig cool. So, schauen wir mal weiter. Jetzt sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Jetzt haben wir hier wieder ein paar aus der Jump. Von denen haben wir hier glaube ich 18 Stück oder so. Genau, geht ungefähr 7 Euro das Stück oder 6 mittlerweile. Genau, jetzt haben wir den hier noch in Holographic Rare. Und natürlich hier die DDS. Das sind jetzt 2 von 3. Ich habe ja 3 Stück aus DDS. Genau, hier haben wir den dritten. Hier haben wir den auch noch klein mit. So. Und dann sind wir auch schon wieder bei den Drachenmeisterrittern. Und quasi wieder am Anfang. Dann haben wir natürlich hier in der Mitte noch die Boxen. Hoppala, da ist auch noch einiges drin. Fangen wir mal mit der hinteren an. Das sind auch die Toploader drin. Schauen wir mal. Genau, da haben wir jetzt Exodia Necros. Necros einige drin. Ja, genau. Auch in Secret ein paar auf jeden Fall. Vier Stück glaube ich. Richtig cool. Das sind genau Exodius, die ultimativen, verbotenen Lords. Beste Variante natürlich die hier aus der Jump. Ich habe jetzt hier bloß 4 irgendwie. Irgendwo muss dann noch der 5. rauskommen. Der muss dann da drin irgendwo rumschwirren. Ich habe insgesamt 5. Auch in Super Millennium Rare dann in dem Fall. Die lassen wir jetzt noch draußen, damit wir hier besser greifen können. Genau, da haben wir ja auch schon wieder 2 in Kamen. Dann haben wir hier das Auge von Team Meos dreimal. Habe ich auch noch woanders dreimal, aber habe ich jetzt nicht so oft in der Stelle gefunden. Das letzte Mal. Das heißt, die werden dann irgendwann in einem anderen Ding sein. Genau, dann haben wir hier natürlich Raigeki. Auch ein paar Mal. Die sind hier natürlich ein bisschen leichter zum Handeln. Also die Raigekis haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Gemini Elf haben wir auch einige. Ich glaube 2 Stück sogar ein First. Hier ist einer. Den hier ein Ulti natürlich. Richtig cool. Den haben wir jetzt auch erst letztens gesehen. So, weiter geht's. Gemini Elf. Genau. Dann haben wir den Spear Dragon. Da müsste ich auch den ein oder anderen in First haben. Green Kappa aus HL1. Super Rare. Ich kenne den eigentlich sonst nur in Kamen. Richtig cool habe ich nur einen. Feierliches Urteil. Ein paar Stück. Ich glaube aber auch nicht, dass das alle waren, die ich habe vom feierlichen Urteil hier drin. Oh, ich sehe gerade. Ups. Genau. Dann habe ich gerufen, der Thunschädel. Und hier nochmal die Billig-Versionen von den Klauen und so. Hier nochmal ein paar Überläufer. Ein paar Raigeki. Genau. Nochmal ein paar Klauen und so weiter. Also das ist hier eigentlich alles immer dasselbe. Ich habe halt relativ viele Exemplare davon dann. Genau. Nochmal ein Überläufer hier. Nochmal einer. Nochmal Klauen und Krallen. Und was man nicht alles so hat. Ich hoffe, dass das alles gut aufgenommen wird. Ich kann das nämlich kaum sehen. Natürlich dann hier ein paar Red Eye Bee Dragons. Einen besonderen haben wir auch. Nämlich den hier. Der ist in Ultimate Rare. Der ist auch übel teuer. 70 Euro oder was der ging. Dann haben wir hier die in Prismatic Secret. 15AX. Und dann gibt es natürlich noch die aus BPT. Die habe ich noch gar nicht. Dann Sayarui. Genau. Hier. Die müssen alle aus SDD sein. Aus DDS habe ich glaube ich keinen einzigen. Obwohl die aus DDS auch nicht wirklich teuer sind. Ich glaube 3 Euro oder was da einer geht. Ist natürlich schon die teurere Variante von beiden. Aber dennoch bezahlbar. Es sind ja eigentlich nur die 3 der Dark Magician. Blue Eyes und Exodia teuer aus dem Set. Genau. Nochmal Überläufer. Wer hätte es gedacht. Dann aus dem Turbo Pack in Comendare. Dann haben wir hier die Preiskarte. Die World Championship Preiskarte von dem. Da habe ich insgesamt 2. Die eine liegt noch drüben. Da habe ich das Video noch nicht abgedreht. Dann haben wir die Red Eyes hier. Auch cool. Da gibt es ja den im Prismatic Secret. Der ist auch richtig nice. Also ihr seht es auch nicht hundertprozentig durchsortiert. Wenn man so möchte. Genau. Rotäugiger, Schwarzer. Genau. Jetzt tun wir es denen in Prismatic Secret. Da kriege ich noch ein paar von Erik irgendwann. Wenn er seine mal hergibt. Aus... Wo haben wir es denn? Aus BNZ. Genau. Aus BNZ habe ich auch noch einen hier rumgefahren. Eigentlich sind es 2. Ich weiß jetzt aber gerade nicht. Ob wir den schon durchgesnackt haben. Dann haben wir den Mystischen Raumtaifun. First aus Spellruler. Ist jetzt noch einer auf dem Weg zu mir in First. Dann eben die in Ultimate hier 2 Stück. Einer in Ghost. Nochmal einer in First aus S.A.L. Gold, Gold, Gold. Super Rare aus YS-13. Parallel aus der Hobby League. Dann in dem alten Gold Rare. Nochmal einer in Ghost. Also MSTs. An denen mangelt es mir jetzt auch nicht unbedingt. Genau. Dann der Mystische Raumtaifun. Noch dreimal in Ghost. Und dann geht es wieder los mit den Krallen. Und irgendwie haben wir keinen Exodius in Ultra Rare gefunden. Und vielleicht doch noch 2 gefehlt. Aber ich könnte schwören, dass ich 5 hatte. Weil mir damals im Ordner noch einer gefehlt hat. Aber gut. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Vielleicht taucht er noch irgendwo auf. Also ihr seht schon. Das mit der Übersicht hier ist jetzt nicht unbedingt das prickelndste. So, jetzt haben wir hier natürlich noch ordentlich Karten. Da werden wir uns jetzt auch gleich mal was snacken. So. Das sind jetzt genau die Dark Magician of Chaos. Genau. Richtig cool. Haben wir auch einige. Auch die in Ultimate Rare. Die sind richtig teuer. Da habe ich 7 Stück. Auch die in Parallel sind auch relativ teuer. Dafür, dass sie Parallels sind. Normalerweise sind die recht günstig. Die kostet ihr ungefähr 20 bis 30. Richtig, richtig cool. Secret habe ich auch zweimal natürlich hier in Rare aus dem neuen oder die alten aus GLD1. Richtig schön. Genau. Die lassen wir uns einfach mal draußen. Einfach mal, damit man besser greifen kann. Und die hier, die... Oh, 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 oh. Genau. Die heben wir als erstes mal auf. Oh, 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 oh. Die heben wir als erstes mal auf. Und dann kann es hoffentlich direkt weitergehen. Genau. So, da haben wir nochmal einen in Ultimate Rare. Der hat auf die andere Seite nicht mehr gepasst. Beziehungsweise den tun wir mal runter. Dann haben wir hier die Needle Worms. Hier Ultra Rare aus TP3. Da habe ich 9 Stück. Einer geht 250 Euro. Also könnt ihr euch vorstellen. Das müssten dann 2250 sein in etwa. Auch in Super Rare aus TP5. Da gehen sie auch nochmal 10 oder 15 das Stück. Habe ich auch 6 Stück. Irgendwo liegt noch einer in Rare. Hier rum. Aus Japan. In irgendeiner meiner Comingboxen. Wenn ich den finde, kommt der natürlich auch noch mit dazu. Falls er dann noch Platz hat. Was ich jetzt eher weniger vermute. Genau. Dann schauen wir mal, was uns diese Box bereitet. Oh ja, richtig cool. Tilaya und so. Die ganzen Sphinxen, die wir alle nicht mehr sehen können. Bei Tiny gibt es halt eine Ausnahme. Den gibt es auch noch aus der Master Collection. Secret, den sehe ich relativ gerne. Da habe ich auch erst 4 oder 5 Stück. Da würde ich auf jeden Fall noch ein paar haben. Richtig schön. Ich meine, jetzt ohne Witz, die Karten, diese, diese, Entschuldigung fürs Wackeln. Diese Sphinxen sind jetzt nicht schlecht designt. Das kann man nicht sagen. Das sind coole Oldschool-Karten von der Optik her. Aber man sieht sie einfach so oft, dass man sich daran abgesehen hat. Man kann sie einfach nicht mehr sehen. Das ist richtig schlimm. Hier kommt jetzt das Dunkle Mage-Mädchen. Die Billig-Version, sage ich jetzt mal. Die ist ja jetzt nicht so selten. Auch aus dem Duelist-Pack Yu-Gi geht die, glaube ich, nur in 5er oder sowas. Da habe ich aber auch erst eine. Ich habe mich eigentlich bisher... Ja, man kriegt halt eher so die neueren Versionen, weil die hat halt dann jeder Yu-Gi-Legendary-Decks und wie sie alle heißen. Und Duelist-Pack Battle Sitchi war das, glaube ich. Genau, hier haben wir jetzt noch mal ein bisschen Telaya-Stuff und noch mal das Zeug hier. Die ist jetzt aus dem Duelist-Pack Yu-Gi, genau, aber nicht mal First. Das ist unlimitiert. Wusste ich gar nicht, dass es bei uns ein Reprint gab. Genau, und dann Dunkles Mage-Mädchen. Zweimal in Colored, einmal in Common. Im MFC-Artwork, richtig cool. Eine der gesuchtesten Karten, nebst dem Paladin, im Corrected Art, wie man so schön sagt. Der war ja auch übel teuer. Dann, genau, Injection Fairy Lily. Hier haben wir jetzt die aus MFC, unlimitiert. In Millennium Rare, auch richtig cool. Die ist aus der Legendary Collection. Nochmal MFC, nochmal MFC, diesmal First. War meine erste Karte, die ich damals von Kering bekommen habe. Für 130 war das noch. Richtig cool. Mittlerweile geht die auch über 200. Dann haben wir die Tinbox-Varianten, genau. Nochmal Injection Fairy. Die einzige, die ich jetzt hier drin nicht habe, ist, glaube ich, die aus dem Anniversary-Pack. Da habe ich selber erst zwei Stück davon. Diese müssen noch in irgendeiner Box sein. Mal schauen, ob wir die noch heute finden. Müssen wir gucken, wie lange wir auch noch haben. Wir haben jetzt allein schon für die paar Karten hier ewig gebraucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht mal ansatzweise so viel schaffen, wie ich eigentlich vermutet habe, dass es möglich wäre. Weil wir haben darunter jetzt nochmal eine Riesenbox mit richtig kranken Karten. Ich glaube, wir schaffen nicht mal das Krasseste vom Krassesten heute. Dann genau hier in Collectors Rare. Richtig cool. Dann haben wir auch vier Stück. In Secret habe ich nicht eine. Nicht eine, Leute. Nicht einen Secret. Wie schlimm ist das denn? Einmal hatte einer meiner Händler eine, aber die hat er dann woanders verkauft, weil er dringend Geld gebraucht hat und nicht auf meine Methode verkaufen konnte. Und ich sage es auch nochmal an alle, die mir jetzt was anbieten wollen. Ich bin bis Ende 2018 mit Zahlungen ausgebucht. Das bedeutet, jeder, der mir jetzt was verkauft, muss warten auf sein Geld. Weil mir zurzeit so zu viele schreiben und einige dann immer wahnsinnig enttäuscht sind, wenn ich denen sage, ich bin ausgebucht. Ich meine, den Deal kann man trotzdem machen. Ist schon klar, aber ihr kennt ja meine Art, wie ich das mache. Die Karten werden mir jetzt schon zugeschickt, damit ich dann meine Videos machen kann und die Sammlung erweitern kann. Und das Geld bekommt ihr halt im Endeffekt, um es mal ganz kalt zu sagen, trotzdem erst nächstes Jahr. Das ist halt für viele einfach relativ schlecht, sage ich jetzt mal. Viele mögen das überhaupt nicht. Und da reagieren dann auch teilweise richtig zickig, kann man schon fast sagen, wenn man denen das dann so unterbreitet. Hier first auch 23 Euro, glaube ich, weil man zwei Stück gehabt hat hier aus DDS im Playset. Und hier aus BPT noch einer. Und natürlich die in Ghost mit den Parallelstreifen drin. Und ja, genau soviel noch zu der Thematik. Weil mir jetzt hat gerade einer heute auf meinem Ebay-Account geschrieben, der will mir noch eine Chimera verkaufen, Preiskarte. Das Video kam ja gestern. Hier in Ultimate auch richtig cool. Auch schweineteuer, 80 Euro so in etwa. Und dementsprechend habe ich dem das jetzt auch mitgeteilt. Ich warte jetzt immer noch auf die Antwort, falls da noch eine kommt. Viele antworten noch gar nicht mehr. Genau. Hier auch richtig nice. Aus BPT. Die ist allerdings günstig. Relativ günstig. Und hier nochmal den Ghostware. Sechs Stück habe ich jetzt aus BPT von dem einen Mager hier. Mein Gott, was stoße ich denn ständig an dieses dämliche Stativ? Das gibt es doch gar nicht. So, jetzt tun wir mal den Scheiß hier nochmal raus. Ah, Herr Gutzack. Ah, bleibt es da. Und lassen wir den auch noch draußen. Dann können wir es da wesentlich besser. Also, man sieht, das ist halt schon ziemlich viel. Ich glaube, von dem hatte ich auch eine Doppelseite voll damals im Binary. Hier ist der Legendary Collection. Das ist halt richtig cool. Aber hier in Prismatic natürlich noch eine Runde cooler. Noch ein bisschen mehr Oldschool, wenn man so möchte. Richtig cool. War ja auch ein Spiel dabei, soweit ich weiß. Und ja, hier geht es dann wieder los mit Tilaia. Und schon wieder ein Bulldog. Yay! So, der kommt jetzt darüber. Dann hätten wir den Koffer nämlich auch noch geschafft. Genau, so. Boah! Na, irgendwas stimmt doch da nicht. So, supi-dupi. Packen wir den auch wieder zusammen. Und dann nehmen wir uns als Allernächstes die Box darunter vor. So, es gab jetzt doch eine kleine Planänderung. Ich wollte euch ja zuerst die Box zeigen, die unten drunter war. Aber da ist schlicht und ergreifend zu viel Stuff drinnen. Und wir wollen die 40 Minuten jetzt nicht übermäßig überstrapazieren. Also, 42 bis 45 Minuten wären jetzt auch noch okay. Aber das würden wir mit der Box definitiv sprengen. Deswegen habe ich mir jetzt hier einfach random eine Schachtel rausgeholt. Wer sich fragt, wo man die herbekommt, die ist aus dem japanischen Deck MB01, wo auch die Gold Millenniums drin sind. Und die Seiten hier wurden ja auch übernommen bei den Legendary Decks 2. Und deswegen gibt es die hier in Deutschland zumindest nicht, soweit ich weiß. Gut, soviel dazu. Wir schauen uns an, was in der Box drin ist. Das ist eine etwas kleinere Box. Habe ich extra genommen, damit wir eben zeitlich nicht zu sehr strapazieren. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal an, was sich in den Boxen befindet. Da haben wir natürlich einiges an random Stuff auch mit dabei. Also da ist nicht nur kranker Scheiß drin, wie man so schön sagt. Kiri, was ist, Kikariki, Kikariki, ja. Was man sich bei der Karte gedacht hat, weiß ich auch nicht. Geisterorgen, Schneehase, cool. Tsukuyomi und Alti. Ja, also das ist halt ziemlich gemischt zu random Sachen mit ein bisschen cooleren Sachen drin. Also immer so ein bisschen, wie gesagt, unsortiert. Die werden ja bei mir einfach so in die Boxen reingesteckt. Unsortiert werden sie halt tatsächlich erst, wenn es dann mal soweit ist, dass ich die Karten in die entsprechenden Top-Loader pack. Hier haben wir einen Trishooter, der ist mega cool. Oder hier Sniffos ist ja nichts wert, aber das sind so Secrets, die kannte ich eigentlich noch gar nicht. Dann Arschenblüte, genau. Aktuell auch sehr gesucht, soweit ich weiß noch. Den Gusto Amorale, mittlerweile verboten. Genau, ja, da muss man immer mal ein bisschen drehen noch. Der war gespendet vom lieben Daniel Schiffer, soweit ich weiß. Beziehungsweise so einer war gespendet. Ich glaube, der an sich war jetzt nicht vom Daniel Schiffer, den Folien nach zu urteilen. Eher vom Michael. Genau, jetzt schauen wir mal weiter. So, dann haben wir jetzt den beschworenen Korkytos. Aus Fusion Enforcers. Roter Gigaloucht, vor allem Metallbrach, aus LDK 2, Nummer 10 und 1. Ist übrigens auch ein sehr schönes Artwork. Shiranui Spektralschwert, der schwarze Stein der Legende. Der ist aus der Jump. Nummer 101, lautlose Ära Arc. Von der ich immer noch verzweifelt nach einer Ultimate-Suche. D-Boys Zeitmaschine, auch richtig cool in Secret. Riesenstrahlsoldat, magische Schmelze aus Fusion Enforcers. Die jängt zumindest am Anfang auch um die 5 Euro. Dimensionsbarriere, genau, richtig cool. Duell London Allianz aus Maximum Crisis. Nochmal ein Riesenstrahlsoldat, nochmal magische Schmelze. Beschworener Kaliga, gibt es in Japan auch als Super Rare. Maschinenlord Ur. Genax-Armee, majestätisches Mädchen. El-Schattenpuppe, äh, Gristha. Finde ich mega cool vom Design her, die Karte. Gefällt mir sehr gut. Mariamne, wahrer König. Genau, das sind so ein paar von denen. Dann haben wir hier ein Ultimate aus Japan. Die gibt es bei uns. Die ist bei uns eine Super und die ist bei uns eine Ultra. Hunger Gift Fusionsdracht aus dem Original-Booster. Eindringling der Finsternis aus Invasion of Chaos. Böse Held, Nelicious Edge. Basu, der Seelenfresser. Und hier ist Ultra Rare aus TLM Receive, die finstere Existenz. Gut, schauen wir mal weiter. Dann haben wir ein vulkanisches Verdammnisfeuer. Christron, Quandax, Gaia-Drachling, die Universalkraft. Aus Star Trek Blast, Landformen, aus Mostral-Pack zweimal. Dann Stuffed Animal, in Kamen. Da ist auch eine Kamen, keine Ahnung wie sie heißt. Ich glaube die gibt es auch gar nicht in Deutschland. Zumindest bin ich mir nicht sicher. Geister-Oge und Schneehase. Käferorn, da gibt es auch in Ultimate. Blaugiger Chaos-Max-Drache. Der sieht in Goldray einfach mal übertrieben fett aus. Ohne Witz richtig cool. Isershock. Wieder der Schwarze Stein. Wieder ein Meglord aus der Jump. Wieder Trial and Tribulation. Eine Horn-Moränen-Ulti. Christron, Citri. Genau, Link-Schlechter. Sieht übel geil aus. Die Karte ist wunderschön. Ohne Witz, das ist richtig cool geworden. Wieder ein Militius Edge. Dann ein beschworener Ragen. Schmetterhorn aus Generation Force. Das müsste er glaube ich gewesen sein. Hoa Nirvana Paladin. Schweigsamer Paladin. Clifford Scout. Ice Hunt. Gaia die Platte. Gaia Plate. The Earth Giant. Seeschlange. Auch ein cooler Ulti-Print. Warum auch immer die ein Ulti gedruckt wurde. Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach eine Lückenfüller-Ulti. Viel wert ist sie ja nicht. Dann die verbotene Lanze. Wahrsage-Prinzessin. Terror-Trei. Die einzige Wahrsage-Prinzessin, die ich jetzt nicht hässlich finde. Dann Totem-Vogel. Oh ja, blauer Rosendrache. Mega cool. Obwohl nichts wert, extrem selten. Ohne Witz, die Karte sieht man es nicht so häufig. Zumindest nicht random. Also wenn, dann muss man sie schon auf Kartmacht oder so suchen. Totem-Vogel. Feuer, Hand. Schwarzes Horn des Himmels. Invader of Darkness. Ich glaube, das ist sogar der, den ich mal aus einem Booster selbst gezogen habe. Wenn ich mich nicht täusche. Dann Neos Wiseman. Abstimmgeschirr. Doublé passé. Vom Artwork her richtig fett, das Ding. Dann Verdammtes Kaiser-Drache. Böse hat Lightning-Golem. Tieftaucher. Aus WC-08. Mega cool. An der Anfang vom Ende. Mit dem nichtssagenden Artwork der Welt. Also, das sind ja bloß so komische Muster, die man nur sieht, wenn man sich ins Licht hält. Christron Quandax. Dann wieder so A-Z-Zeug. Dann Glasflügel. Christron Phoenix. Schwarzes Loch aus dem Starterdeck 2014. Moja. Glyphneer. Die Fessel für Fenris. Dann Mahl der Rose. Dann der Cyberphönix aus der Legendary Collection. Dann Michael, der Erzlichtverpflichtete. Garado der Gear. Nochmal ein Riesensteinsoldat. Nochmal ein Militisches Edge. Sebex Segen. Nochmal ein Maglord aus der Jump. Nochmal eine magische Schmelze. Eine Feuerhand, D-Boys und Rangsteigerungs-Zauberbarianskraft. In Ultimate Rare. Dann haben wir nochmal D-Boys. Ginex Armee. Nochmal ein Blauer Rosendrache. Ein Secret in der Ritadistan. Oder? Ne, Tristan. Jetzt hat er es da an. Lichtenddrache. Finde ich jetzt vom Design her nicht so prickelnd, das Ding. Auch ein Secret-Learn nicht. Dann Xyz Unit. Zweimal. Clifford Stealth. Schweigsamer Paladin Nummer 100. Mega fett die Karte. Beschworener Rage-In. Nummer 30. Säure Golem der Zerstörung. Habe ich auch aus der Jump ein paar Mal. Dann Ram Clouder. Das ist auch eine sehr interessante Karte vom Artwork her. Bleibt auf jeden Fall im Kopf, muss ich sagen. Obwohl es jetzt nicht wirklich oldschool aussieht. Dann Dekutiersprecher. Die meiner Meinung nach hässlichste... Na... Na, Link-Monster-Karte aktuell. Genau. Der Meister-Mönch in Alti. Dann Zielgenaue Wache. Gaia-Platte der Erd-Riese. Dann haben wir hier einen Token. Aus Token 4. In Super. Dann Grandmark der Rockmonarch. Hier eine Riesentronade in Goldrair aus Japan. Gibt es aber uns nicht. Dann wieder eine Wahrsage-Prinzesse. Intercept. Future Visions. Genau, dann die Drachen-Herrscher. Celestia aus L.O.D.T. Nordischer Aszendent-Valkyrie. Bruderschaft der Feuer-Faust-Haden. Rosaria, der stattliche gefeilende Engel. Auch ein Mega-Artwork. Dann Engel von Cera. Schreckenspelz Krake. Sieht auch echt cool aus. Grandmark der Mega-Monarch. Maglord Imperator-Skiel. Bruderschaft der Feuer-Faust-Haden. Und nochmal diesen Blaster. Gut. Vorletzter Stapel würde ich sagen. Brecher der Magische Krieger aus der Legendary Collection. Giant Hand in Goldrair. Dann Violette Hexe. Heller-Ritter von Gawain. Gestalt-Neunderin. Aufziehträger Zen-Meilen. Grabwächter-Orakel. Die habe ich auch in Ultimates aus Japan. Tyrann-Rot-Drahan-Erz-Interweltler. Genau. Z.W. Löwen-Waffen. Habe ich auch in Ultimates. Exis-Einheit ist Ultimates. Zukunftsvision Ultimates. Zukunftsfusion jetzt. Nummer 10.05. Ja, nochmal dieses Umgebdrehen. Christron Phoenix. Der Schwarze Stein der Legende. Michael, der Erzsichtverpflichtete. Nochmal ein Blauer Rosendrache. Secret. Boah, haben wir es jetzt noch bald. Dann Schwarzes Raum des Himmels. Machine Duplication. Exis Reflexion. Dann Latinum. TG Wundermagierin. Pugin, genau. Die sieht auch übel cool aus. Die Pendulum Vanilla. Richtig schön, die Karte. Stand-Straubrache-Angriffsmodus. Nochmal Maschinen-Diplizierung. Warum hängt da ein Haar drin? Gibt es ja gar nicht. Egal, weil ich spiele da zweimal. Dann Metal Golem. Das ist wirklich eine Euro-Carte auf Ebay sogar nur. Ich glaube, auf Market geht die dann bloß ein paar Cent. Christron. Oga-Drache, der Lehrer. Der war auch mittlerweile sehr beliebt. Zwangs-Evakuierungsgerät. Himmels-Pir-Liebend. 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 Gant-Was-Gang-Gar-Rie-Dai. Oh Gott. Psychic Oberlord. Die Kaiserin der Prophezeiung zweimal. Nochmal das Schwarze Horn des Himmels. Nochmal Dupple Passé. Und Nummer 57. Dreiköpfiger Staubdrache. Der extrem fett aussieht, finde ich. So, und dann kommen wir zum letzten Stapel. Acht Hyper, nochmal Rose, ein Schildflügel, ein Secret zweimal und zu guter Letzt nochmal ein Kefron. Ja, so, das war jetzt die letzte Box. Wir haben jetzt genau 10 Minuten und, ja gut, 11 Minuten ungefähr gebraucht. Und ja, jetzt müssten wir dann so bei 41 bis 42 Minuten sein. Ich würde sagen, das war jetzt mal ein kleiner Einblick in meine Sammlung. Das waren jetzt ungefähr 4 bis 5 Prozent von dem, was hier unten ist. Ich habe noch viel, viel mehr, auch viel, viel mehr geilen Stuff. Möglicherweise gibt es ja mal bei Interesse eine Fortsetzung. Das war jetzt einfach mal für die Abonnenten, die sich das schon so lange gewünscht haben. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder zu einem regulären Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.